Wie hoch kannst du damit eigentlich springen? Ich hab gehört, dass man damit 6 Meter hoch springen kann. Doch bei meinen ersten Versuchen sah das auf jeden Fall nicht deine Haus. Aber wie heißt es so schön, Übung macht den Meister. Und nach einigen Versuchen kam ich schon so hoch, dass ich mir eine Challenge setzen konnte, bei dem ich diesen grünen Kopf berühren wollte. Das war noch ziemlich einfach, aber um diese Stange hier berühren zu können, werde ich auf jeden Fall einige Versuche brauchen. Hier mal einen Vergleich, wenn Lucy springt. Sie ist das auf jeden Fall nicht möglich, aber für mich sieht es so aus, als wäre es möglich. Ich hab's locker eine Stunde lang versucht, bis ich's fast geschafft habe, aber mein letzter Sprung hat sich echt komisch angefühlt, so dass ich diese Challenge erstmal abgebrochen habe. Ihr könnt mal vorschlagen, was ich damit noch so machen soll. Und wenn ihr noch mehr Challenges sehen wollt, dann checkt den Link mit meiner Bio ab. Da gibt es nämlich jetzt schon das volle Video.